Ah, verstehe. Na, wo könnte der sich nur rumtreiben? Weiß nicht. Du weißt nicht, hm? Lass mich dir etwas sagen. Wenn der Vogt rausfindet, dass Moin mir faul hänzt, steckt er tief in der Scheiße. Du als sein Freund willst das doch nicht, oder? Nein. Es wäre also besser, wenn ich das in die Hand nehme, ja? Ja, schätze schon. Also, wo steckt er? In der Schenke. Hat er Durst, also...